wieder. So Leute, der Chat ist am eskalieren und zwar komplett. Wir reagieren jetzt auf Silans Woche, um uns wieder ein bisschen zu beruhigen. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Ähm, ja, schauen wir rein. Ich hab bis jetzt noch nicht so oft auf ihn reagiert. Das ist Silans Woche. Total cool zusammengefasst in einem YouTube-Video. Herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr. Ich begrüße euch zur vierten Staffel Silans Woche, die Show. Beginnen wir das Jahr doch mal mit einer klassischen Presseshow. Was sind die Themen der Woche? Wie ist der Spirit? Mit welchen Schlagzeilen wird versucht, Klicks, Reichweite und damit eben auch Kohle zu machen? Spoiler, ich garantiere... Ey, bist du Barbar-Bartonek zufällig? Dann reicht's jetzt. Sinan mit Scharfness. Sinan, okay. Gut. Die heutige Sendung wird euch mit einem samtig wohligen Gefühl ins Wochenende entlassen. Sinans Woche ist praktisch das Wellness-Programm für die Psyche. Zuschauer, die bereits seit drei Jahren Sinans Woche gucken, sind ausgeglichener, schöner und in dieser Zeit auch noch jünger geworden. Und was kostet... Okay, okay, okay. Ähm, ich wollte gerade sagen, da muss ich offenbar mehr davon schauen, aber ich will nicht noch jünger werden. ... diese Benjamin Button YouTube-Kur. Wenn du willst, einen Euro. Wenn nicht, dann nichts. Mit dieser scherzhaften, aber ernst gemeinten Aufforderung der Unterstützung wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Sinans Woche. Die Nachrichten. Ich bin gut gelaunt. Mir geht's gut. Riskieren wir mal einen Blick in die Nachrichtenwelt. Was soll schon schiefgehen? Gut, mach das doch nicht komplett kaputt. Du bist einmal gut gelaunt, dann schau nicht in die Nachrichten. Ey. Du bist nicht Barbar-Bartonek. Eine Nachricht noch so und du wirst hier erstmal getimertet. Starten wir zunächst mal mit halbwegs seriös. Tagesschau. Nur der darf das. Was hattest du diese Woche zu melden? Hochwasser, welche Regionen besonders betroffen sind. Umweltkatastrophen, immer ein schweres Thema und dank des Klimawandels immer häufiger eine Meldung in den Nachrichten. Aber, aber, ich bin noch gut drauf. Flugzeugkollision in Tokio. Japan untersucht Unglücks. Dass das schon relativ weird ist, ist das Problem. Glücksursache. Tragische Unfälle. Ein täglicher Begleiter in den Nachrichten. Passiert. Okay, okay. Ich bin immer noch gut gelaunt. Was gibt's noch? Erdbeben an Japans Westküste. Zahl der Toten steigt weiter. Pfff, noch mehr Katastrophen, noch mehr Tote. Okay, okay. Vielleicht mal... Nur zur Info. Meine Schwester ist nicht volljährig. Eine gute Meldung? Krieg in Nahost. Hisbollah droht nach Tod von Hamas Anführer. Yeah, Krieg. Klingt ja fantastisch. Ey, das ist keine Frage, die ich jetzt hier beantworten will, okay? Das ist grad nicht Thema. Also, du kannst entweder Sachen zu den aktuellen... Ich glaube, das interessiert ihn nicht. Ja, gut. Er ist jetzt eh erst mal weg. Wenn noch mal sowas kommt, ist er halt auch für immer weg. Ähm... Ihr könnt gerne Spaß machen, aber wenn ich sage, Schluss ist, dann ist Schluss. Und ansonsten gerne Kommentare zum Video abgeben, über die wir gerade sprechen hier. Wirklich? Wirklich nichts Positives? Anzahl der Frauen in DAX-Vorständen stagniert. Was? Oh nein! Nicht genug superreiche Frauen. Kugel. Das ist natürlich ganz schlecht für die ganzen Frauen in schlecht bezahlten Jobs. Ach nee, warte, die hätten ja gar nichts davon. Yeah, Feminismus. Wie ist denn die Lage beim Spiegel? Vielleicht bekomme ich da ja noch ein paar gute... Also, dass es nicht genug Frauen gibt, die superreich sind, ist halt schon eine komische. Da wir einer gebannt werden, sehe ich auch so. Also, erstmal Timeout an der Stelle. Ja, sehe ich genauso. So, dann können wir uns auch endlich mal aufs Video reden. Bin eine Frau und du bist auch superreich. Ja gut, also, superreich, da könnte man ja auch sagen, jede zehnte Person in Deutschland laut Steuerung F. Ne, doch, Steuerung F. Weil jede zehnte Person in Deutschland ist anscheinend superreich laut denen. Theo Stratmann, superreicher, a.k.a. zu den Top 10% gehörend. Also, schließt sich nicht aus. Jeder superreich gehört zu den Top 10%, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche, soweit ich weiß. Gute Nachrichten. Die Hamas-Raketen waren ein Sommerregen im Vergleich zu dem, was über Israel hereinbrechen würde. What? Okay. Cool. Also, die gute Laune wird langsam etwas schlechter. Danke, liebe Nachrichten. Kommunen fehlen in diesem Jahr 19.000 Euro pro Minute. Zwei Explosionen, rund 100 Tote und die Frage nach den Drahtsiern. Okay, okay, ist alles kacke. So, gute Laune vorbei. Okay. So, jetzt bin ich schlecht drauf. Dann, dann kann ich ja auch mal gucken, was bei den Rechtspopulisten so abgeht. Was? Ey, Sinan ist doch selber ein Rechtspopulist. Ja, gegen ihre Strollen hinaus waren keine Emotes dabei. Also, einmal könnt ihr das gerne bringen. Vor allem jetzt, also, guck mal, vor allem, ihr könnt gerne, wenn wir grad von Sinan sprechen, könnt ihr ja sowas schreiben wie, ey, das Bild mit deiner Mutter da auf Insta, deine Mutter ist übelst hot. Da verstehe ich ja den Joke noch, weil es bei Sinan dieser Baba Bartonek gemacht hat. Aber das ist ein Joke. Dann ist gut. Was gibt's Neues bei Nios zu lesen? Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park. Keiner der drei Angeklagten dürfte noch in Deutschland sein. Okay, und was noch? 390 Festnahmen in Berlin. Aber alle Silvesterrandalierer sind wieder frei. Oh je, das ist wohl nicht so gut. Hä, oder doch? Ich weiß nicht. Der öffentliche Raum ist jung. Migrantisch, männlich. Können Frauen in unseren Städten nie wieder Silvester feiern? Äh... Also, Neues ist, glaub ich, schon so ne ziemlich weirde Zeitung, oder? Keine Ahnung. Ist das so? Ist wirklich alles so schlimm? Moment mal, also, eben war ich doch noch ganz gut drauf und... Und jetzt... Irgendwie will ich so überhaupt nicht ins neue Jahr starten. Stopp mal. Nee, wirklich jetzt! Stopp! Hat das Shuyoka geschrieben? Ich weiß gar nicht, was ist denn eigentlich wichtiger? Ähm... Dass man... Also, ist es okay, weil man da Frau... Also, ich weiß gar nicht, wie ist denn das? Darf man da an der Stelle dann gegen Ausländer sein, solange man noch für Frauen ist, oder? Ist das... Da wäre wieder so die Frage, was denn die Magillarisierungstabelle so gerade sagt. Also, Shuyoka hat ja im Allgemeinen kein Problem damit, gegen andere Gruppen zu gehen, solange es für Frauen ist. Aber ich weiß nicht, wie das gerade bei Ausländern ist. Egal welches Medium, die Mehrzahl aller Meldungen ist negativ, bereitet Sorgen oder macht Angst. Ein Großteil der Meldungen hat interessanterweise aber keinen direkten Bezug zu meinem oder dem Leben der meisten anderen. Es stellt sich also die Frage, welchen Nutzen hat es, sich permanent damit zu konfrontieren? Und was ist eigentlich, wenn es nicht mal einen Nutzen gibt, sondern dieser Medienkonsum sogar schadet? Permanent schlechte Nachrichten wirken sich früher oder später auf unser Wohlbefinden aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich zieht diese negative Dauerbeschallung irgendwann echt runter. Um das auszugleichen, werde ich zynisch, ertränke... Äh, Sinan war ja auch bei Holger vor kurzem. Holger, hier von MassengeschmackTV. ...alles in Ironie und Sarkasmus. Kann man machen, kann zeitweise auch helfen, aber das ist ja keine dauerhafte Lösung. Am Ende ist es doch ziemlich simpel. Man muss dieser mies gelaunten Mediandruckbetankung einfach etwas entgegenhalten. Für mich als Content Creator, Meinungsblogger oder auch Outdoor-Profi, was auch immer, heißt das mehr gute Nachrichten rausballern, mehr positive und motivierende Inhalte produzieren, weniger Empörung. Heißt aber auch, weniger Klicks. Heißt in einer kapitalistischen Welt, weniger Umsatz. Aber dann ist das so. Mir ist das egal. Ich habe keine Lust dieses Empörungsgame zu spielen. Wir haben genau ein Leben. Dreh dich richtig. Wollen wir wirklich unsere Zeit damit verschwenden, uns unnötigerweise ständig mit negativen Horrormeldungen beschallen zu lassen? Kann man seine Zeit nicht irgendwie sinnvoller nutzen? Pass auf. Wenn du eine Chance hättest oder eine Gelegenheit, alles zu ergreifen, was du jemals wolltest, in einem Moment, würdest du sie nutzen oder einfach verpassen? Habe ich gerade ernsthaft Lose Yourself von... Puh, ist doch kein Elf. Doch, ich bin ein Elfchen. Doch, ich bin ein Elfchen. ... von Eminem zitiert und übersetzt. Ja, habe ich. Denn irgendwie ist das einfach eine sehr geile und mega positive Message, die der gute Eminem daraus gehauen hat. Wenn man das Gefühl hat, es ist alles irgendwie zu viel und negativ, dann gibt es einen ganz... Er ist fast zu gut trainiert. Oh, er hat gerade Uff, was? Einfach ein Tipp. Geh raus und bring deinen Körper in Bewegung. Geh spazieren, joggen, mach Krafttraining, ganz egal. Zu anstrengend. Ich garantiere dir, danach... Das kann ich nicht, das ist mir echt zu anstrengend. ... ist alles besser. Ach so, gerade... Ach so, ja, 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 ja. Ja, ich habe die Line... Ich habe die, ähm... Zitat schon erkannt, direkt. Ähm, also an sich ist das, was er sagt, zwar schon gut, aber gerade bei News ist das halt super schwer. Mach den Harlem Shake. Danke, nein. Nein. Ähm, an sich ist das zwar schon gut, was er sagt, aber führt halt in einer Berichterstattung auch zu einer gewissen Einseitigkeit. Also wenn du nur positive Sachen sagst, bringt dir das in der Berichterstattung im Endeffekt recht wenig, würde ich einfach mal so sagen. Wenn die Nachrichten voll mit schlechten Meldungen sind, dann wäre doch jetzt genau der perfekte Zeitpunkt, um mal die Frage zu stellen, was gerade ziemlich gut läuft. Kann man auch mal machen. Kann man auch mal machen. Um das herauszufinden, habe ich auf Twitter, der empörtesten und negativsten Plattform, die ich kenne, nachgefragt. Warum mir Deutschland gefällt? Nur positive, nicht ironische Antworten. Go! Weil das Wasser aus dem Wasserhahn trinkbar ist. Ja, es wirkt irgendwie so selbstverständlich, aber das ist es nicht. Das kann man hier tatsächlich auch machen. Hier kannst du sogar aus jeder, also in jeder Region, weil hier Chlor zugesetzt wird. Chlor ist, soweit ich weiß, in dem abreagierten Zustand zwar nicht mehr, ähm, nicht mehr wirklich problematisch, aber schmeckt halt nicht besonders gut. Die Karte hier zeigt, wo auf der Welt prinzipiell das Leitungswasser trinkbar ist. Schmeckt die schon bad. Das ist im Übrigen mehr, als ich dachte. Allerdings muss man hier sagen, ja, Leitungswasser in den USA zum Beispiel kann man zwar trinken, schmeckt aber nach Schwimmbad. So verdammt frisch, klar und lecker wie das Leitungswasser. Nicht überall in Deutschland. Also da, also in Baden-Württemberg, kenne ich jetzt nur das Leitungswasser, es schmeckt jetzt nicht so richtig gut. Das Leitungswasser hier in Deutschland ist es selten woanders auf der Welt. Ganz klarer Pluspunkt Germany. Und wahrscheinlich auch Österreich und Schweiz. Diese Bilder! Gibt es gerne in die Kommentare. Weiter geht's. Weil man weich fällt, wenn einem das Leben böse mitspielt. Gesetzliche Versicherungen etc. Und ja, auch wenn viel über das Bürgergeld geschimpft wird und sich manche aufregen, dass die Sozialleistungen zu großzügig sind. Ich habe mich am Anfang des Videos gefragt, ob er noch lange auf die Nachrichten eingeht. Äh, ich kann das nicht lange mehr hören. Ähm, hat auch mit alten Leitungen zu tun in Deutschland. Ich kann mein Wasser nicht trinken aus dem Wasserhahn. Äh, woran liegt das? Liegt das vielleicht, also wenn du ein altes Haus hast, dann nicht? Wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das aber auch etwas, worauf man ziemlich stolz sein kann. Wir lassen Menschen nicht einfach so im Stich. Egal ob man jetzt sagt, das ist zu viel oder das muss noch besser. Würdigen wir doch erstmal den Ist-Zustand. Der ist schon echt ganz gut. Ich persönlich habe von diesem System auch schon profitieren dürfen. Dank BAföG konnte ich mir mein Studium finanzieren. Bei der Recherche zu dieser Sendung... Ja, ist auf jeden Fall, dass es kein, dass es ein Sozialsystem ist, auf jeden Fall nicht, keine schlechte Idee. ...habe ich auch mal meine Mutter gefragt, was ihr an Deutschland gefällt. Und ihre Antwort war ebenfalls unser Sozialsystem. Sie bekam BAföG während ihres Studiums, bekam Kindergeld für meinen Bruder und mich. Erhielt Wohngeld und Arbeitslosengeld, als es mal nicht so gut lief. Man sollte sich immer klar machen, jeder kann in einer Situation... By the way, Sinanswoche hat auf Twitter einen Post zu jemandem, der einen Post gegen ihn gemacht hat, geliked. Sinanswoche hat mich schon mal auf Twitter wahrgenommen. ...Geraten, in der es finanziell sehr schlecht aussieht. Wir lassen... Achso, und by the way, falls ihr Twitter habt, folgt alle mal rein. Ist auch verlinkt. ...diese Menschen nicht im Stich. Das ist schon ziemlich anständig. Was gibt's noch? Drogen sind verhältnismäßig einfach und rein zu bekommen. Hm, äh... Okay, davon habe ich jetzt absolut gar kein... Gut, gut, gut auf jeden Fall. Also ich weiß... Hm, ist das... Ist das gut? Also, gemischte Gefühle habe ich gehabt. Aber es freut mich natürlich für diese Person, dass es wohl so ist. Aber... Ist es denn so? Hm... Um das herauszufinden, habe ich mir den Drogenmärkte und Kriminalität-Bericht aus dem Jahr 2018 genauer angeschaut. Dort steht im Abschnitt Reinheit folgendes. Neben den Preisen ermittelt das BKA die Reinheit unterschiedlicher Drogen auf dem Markt. Als Grundlage für Analyse von Reinheits- und Wirkstoffgehalten dienen Proben aus Drogensicherstellungen. Mensch, da haben wir ja einen riesen Fang gemacht. Äh, Kollegen, wie sieht's aus? Hat irgendwer diese Drogen mal getestet? Sind die überhaupt gut? Ja, wer würde das nicht machen? Ich meine, wer weiß das schon? Wegen der besseren... Kommst du auch von unten wie Rob? Ja, ich komm immer unten. ...vergleichbarkeit werden die Gehalte der Psychotropen-Inhaltsstoffe auf die chemische Form der Base bezogen. Äh, gut. Und was kam dabei heraus? Amphetamin. Der mittlere Wirkstoffgehalt ist von 2012 bis 2015 kontinuierlich angestiegen. Seit... Gute News! Also, auf jeden Fall, wenn ihr... News? News! Wenn ihr Drogen konsumieren wollt, dann kriegt ihr schnell eine Überdosis. Das ist nice. Gut, gut. 2016 nimmt er wieder leicht ab. Ähm... Oha! Vorsicht! Wird wohl doch nicht alles besser. Äh, was ist mit Kokain? Ab dem Jahr 2011 nehmen die Wirkstoffgehalte für die beiden unteren Gewichtskollektive kontinuierlich zu und lassen sich ab 2014, 2015 von den Gehalten für Großmengen praktisch nicht mehr unterscheiden. Kokainproben werden weniger häufig gestreckt als noch vor fünf bis zehn Jahren. Die Frage ist nur, ist dieses gestreckte Zeug noch ungesünder oder gesünder? Also, ist es mit was gestreckt, was noch schädlicher ist oder ist es dann einfach schwächer? Das ist die Frage ein bisschen, würde ich sagen. Hm... Hm... Interessant. Ein Markt, in dem die Produkte besser und nicht schlechter werden. Das sieht man auch nicht mehr so häufig. Okay. Eine Droge schauen wir uns noch an. Heroin. Die Qualität des Heroins liegt hier seit 2015 auf relativ hohem Niveau. In den vergangenen zehn Jahren war der mittlere Wirkstoffgehalt nur zweimal höher. Genau. Angenommen, du streckst Kokain mit, mit, mit... Mehl. Dann ist das kein Problem. Dann ist es halt schwächer. Dann hast du halt Kokain mit Mehl. Aber... Also, Mehl wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen auffällig, aber egal. Aber wenn du das jetzt mit Rattengift streckst, damit es eine gleiche Wirkung hat und du weniger von dem Zeug brauchst, also von dem eigentlichen Wirkstoff, aber es trotzdem eine ähnliche Wirkung hat, dann ist es halt schlechter, würde ich sagen. Okay, wir fassen zusammen. Ja, der Kollege hier hat offensichtlich recht. Drogen bekommt man und sie sind schon ziemlich rein. Dennoch möchte ich den Moment nicht ungenutzt lassen und erwähnen, Finger weg von den Drogen. Auch wenn sie relativ rein und einfach zu bekommen sind, ein erfülltes Leben ist auch ohne Rauschmittel zu erlangen. Vertraut mir. Wie geht's weiter? Weil mir über den Blick durch das digitale Fenster auf die Welt jeden Tag bewusst wird, dass dieses... Achso, by the way, nochmal zu der Rob-Frage vorhin. Ich wollte eigentlich wirklich versuchen, genauso wie Rob von unten aus dem Bild hochzukommen. Aber ich konnte nicht, weil ich auf einem Stuhl sitze, deswegen komme ich so von der Seite rein. Ging nicht genauso gut. Wie bitte Rattengift? Ja gut, Rattengift war jetzt ein dummes Beispiel. Irgendwelche anderen Chemikalien. Leute, ich bin nicht so arg tief drin im Drogenstreck-Game. Das ist nicht mein Hauptbusiness. Äh, naja, kannst zumindest nicht süchtig werden. Nussi Potter, ich glaub du hast grad Drogenpolitik gelöst. ... mit seinen vielfältigen Möglichkeiten ein Hauptgewinn in der Geburtenlotterie unseres kurzen Lebens ist. Ja, da kann man wohl nur zustimmen. Es hätte einen doch schon deutlich schlimmer treffen können, als in Deutschland zu leben. Das wäre dann auch ein Punkt, wo ich sage, hm, vielleicht kann man aus den schlechten Nachrichten doch noch etwas Positives ziehen. Vielleicht? Wenn überall Krieg und Krise herrscht, dann, ja, bin ich froh, dass es bei mir nicht so ist. Kann man so sehen. Weil es das beste Bier der Welt hat. Uh, ich glaube auf dieses Minenfeld sollte ich mich besser... Nein, Rattengift war sogar richtig. Oh nein, jetzt kommt es raus, ich bin doch tief drin im Drogen-Strecken-Game. Ich glaube mal, was von Rattengift gehört zu haben. Aber vielleicht sind es so geringe Mengen, dass wenn du es so konsumierst, dass du nicht instant dran stirbst. Keine Ahnung, die Drogendealer im Chat geben es sich jetzt bitte zu erkennen. Nicht begeben. Hier kann ich mir vorstellen, dass die Meinungen sehr stark auseinander gehen. Vielleicht eine gute Idee, mal Alfred zu fragen. Sag mal Alfred, wer braut das beste Bier der Welt? Das beste Bier der Welt? Eine Frage, die mehr Kontroversen auslöst als eine Bundestagsdebatte. Deutschland, mit seinem Reinheitsgebot, würde sagen, unsere Biere sind nicht nur Getränke, sondern kulturelles Erbe. Belgien hingegen, mit einer Bierpalette breiter als das Farbspektrum, kontert Kunstwerke im Glas. Das sind unsere Biere. Tschechien, stolz auf den höchsten Pro-Kopf-Bier-Konsum, behauptet Menge und... Stolz? Auf was bist du noch stolz? So sieht es aus, nur dass er nicht hinter dem Schulhof ist, weil er ja nicht zur Schule geht. Genau, ich bin einfach dumm. Wie bei allen Dingen macht die Dosis das Gift. Ja gut, aber ich glaube Rattengift konsumierst du am besten nichts davon, ist am gesündesten, würde ich einfach mal schätzen. Qualität, das ist unser Bier. Und dann ist da noch Irland, das mit einem kühlen Guinness anstößt und meint, ein Bier, so dunkel und tief wie unsere Geschichten. Wer also braut das beste Bier? Offenbar jeder, der Leidenschaft und Tradition ins Brauen steckt. Nicht schlecht, Alfred. Seit dem Update auf GPT-4 haust du echt richtig kreative Antworten raus. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut oder erschreckend finden soll. Äh, alright, hau... Also als nächstes schreibt ChatGBT einfach die Skripte. Go sit further. Deutschland hat eine kulturelle Vielfalt, die es so auf engem Raum kaum woanders gibt. Ohne Ironie. Und ja, da wird... Stimmt das? Kulturelle Vielfalt. Hm. Ich weiß gar nicht, okay. Würde ich ebenfalls zustimmen. Alleine die kulturellen Unterschiede zwischen Süd... Boah, dieses Bild, da hat, da hat, da hat er doch, ähm, hat er auf Instagram die erste Version von gepostet. Da hat, da hat, äh, was auch immer er für ne, für ne KI benutzt, gedacht, er möchte ein etwas freizügigeres Bild. Danke, dann frage ich mich jetzt gerade, welches Gift an säuerlichen Geruch hat. Und Norddeutschland, die kulturellen Einflüsse aus diversen Migrationsbewegungen. Ich bekomme in Köln vermutlich schon besseren Baklava als in manchen Regionen in der Türkei. In den Nachrichten wird natürlich sehr häufig auf die Probleme und Herausforderungen durch Migration geschaut. Siehe Nios, die am liebsten alle jungen Nordafrikaner sofort abschieben würden. Und ich will das an dieser Stelle auch gar nicht... Äh, viel Spaß, Polaria, ohne mich. Also nein, Spaß. Äh, gute Nacht. Äh, ich bin noch ein bisschen hier, das Video geht noch zehn Minuten. Das heißt, wahrscheinlich noch so eine halbe Stunde oder wir machen noch ein Video, je nachdem. Joa. Gute Nacht. ...gar nicht schön reden. Diese Probleme und Herausforderungen sind... Grüße an die Dusche, genau. Die Dusche muss auch mal gewertscht werden. Real. Genauso real, wie die kulturelle Bereicherung, die durch Migration entsteht. Wer nur in einem der zwei extremen Lager verharrt, kann sich das vermutlich kaum vorstellen. Aber manchmal können zwei Dinge gleichzeitig richtig sein. Zurück zum Thema Deutschland, aber positiv. Deutschland hat ein Rechtssystem, in dem viel Geld ausgegeben wird, um mit wissenschaftlichen Methoden Spuren objektiv zu untersuchen, um daraus die Wahrheit über Schuld oder Unschuld eines Angeklagten ableiten zu können. Das sagt Cornelius Kurz. Und er muss es wissen, denn er ist Leiter der forensischen Molekulargenetik an der Uniklinik Köln. Er befasst... Das klingt doch gut. Also ja, es lohnt sich natürlich nicht, Straftaten so zu verfolgen, wie wir es tun. Aber es würde halt viel mehr geben, wenn wir die nicht so verfolgen würden. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, ja, warum verfolgt man denn eine Straftat, wenn die Verfolgung mehr kostet, als der Schaden, der angerichtet wurde. Aber das ist halt dumm. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das genau heißt, klingt aber verdammt schlau. Und dass Deutschland solch einen Aufwand betreibt, um Schuld oder Unschuld von Angeklagten zu beweisen, ist schon verdammt cool. Kann man mal feiern, oder? Genauso natürlich wie unser Brot. Ja, verdammt. Ich als großer Brot-Fan kann Cornelius hier auch nur zustimmen. Ich kenne kein Land, wo... Okay. Prävention für zukünftige Verbrechen, daher wird es gemacht. ...wo es so eine Brot-Vielfalt gibt, wie bei uns in Deutschland. Alleine dieses Foto sieht doch schon wieder köstlich aus. Ja, Brot in den USA ist so eine Sache. Nee, nicht so. Aber war das schon alles? Natürlich nicht. Was ist noch gut an und in Deutschland? Gesetzliche Krankenkasse, beste. Mädchen haben gleiche Bildungschancen. Es ist relativ sicher. Bezahlbares Gesundheitssystem, es gibt Bier. Okay, wir merken, so langsam kommen die Doppelnennungen. Bier scheint wirklich sehr wichtig zu sein. Aber mal im Ernst, auch wenn häufig drauf geschimpft wird, die gesetzliche Krankenkasse ist schon ein verdammt cooles Konzept. Nachdem ich mir bereits zweimal die Kniescheibe, einmal einen Brustwirbel und letztes Jahr den Mittelfußknochen gebrochen habe, weiß ich... Was jetzt gegen die USA hier an der Stelle? Bier? E-W-W-W... Was? E-W-W... Wie spricht man das aus? Keine Ahnung. Also nichts gegen die USA. Gar nicht, wie sehr ich mich für dieses Solidarprinzip der Krankenkasse bedanken muss. Hätte ich mir dieselben Verletzungen vor, keine Ahnung, 200 Jahren zugezogen, wäre ich jetzt vermutlich ein Krüppel. Korrekt. Mehr als Humpeln wäre nicht mehr drin gewesen. Aber wahrscheinlich auch, also wahrscheinlich vor 200 Jahren auch mit Geld, nur mit Glück. Liebe? Dass mich unser Gesundheitssystem nicht im Stich gelassen und die sündhaft teuren Operationen bezahlt hat, ist schon eine echt coole Errungenschaft. Und an dieser Stelle möchte ich auch nicht seinen zweiten Punkt vergessen. Mädchen haben die gleichen Bildungschancen wie Jungs. Gerade in Zeiten, in denen medial ständig alles schlecht geredet wird und Diversitätsbeauftragte teilweise etwas Amok laufen und Probleme erfinden, wo keine sind, kann man ja auch einfach mal den Ist-Zustand würdigen. Mädchen beziehungsweise... Ach so, die Massenplünderung. Ja, die sind natürlich eher nicht so cool. Aber sagen wir mal so, die kriegt man jetzt auch nicht jetzt jeden Tag hier mit. Ich bin jetzt natürlich auch nicht in New York oder in irgendeiner Großstadt, in der es viel Kriminalität gibt. Ähm... Man sollte auch innerhalb der USA da gut differenzieren. Säuerlich? Meinst du so Zyankali? Nee, das ist eher bitter. Mandelig. Dumm. Also hier ist jetzt nicht so die riesige Stadt in der Nähe. Fast. Ich mag Deutschland, weil Trinkwasser aus dem Hahn, Sozialversicherungen, kulturelle wie auch kulinarische Vielfalt und eine gute Kombination aus Demokratie und Minderheiten. Ich weiß ja nicht. Also ich würde, ich weiß nicht, ob die Kulinarik wirklich in Deutschland so besonders gut ist. Da bin ich jetzt eher nicht so ein Fan von. Da ist die in Italien schon nochmal besser. Oder Frankreich. Schutz via Grundgesetz. Schon viel besser, oder? Und bevor jetzt der ein oder andere schreiben möchte, ja, ja, man kann sich die Welt auch schönreden oder wie Matze sagen würde, schön saufen, die Probleme sind doch aber real. Ja, das sind sie. Diese Probleme verschwinden aber auch nicht auf magische Weise, nur weil man sich den ganzen Tag mies gelaunt damit auseinandersetzt. Eine positive und gute... Kulinarische ist die Schweiz weiter, weil wir haben Italien und Frankreich in uns. Ja, gut. Keine Ahnung. Ich glaube, das Schweizer Essen an sich gibt es nicht so viel Gutes außer Käsefondi und Raclette. Gute Grundstimmung ist meiner Meinung nach das nötige Fundament, wenn es darum geht, eine Veränderung zu bewirken. Medienkonsum ist genauso wie Essen. Du bist, was du isst. Daher hoffe ich... Ja, Schokolade und Rösti. Ja, gut. Ansonsten empfehle ich zur Entspannung eine schnurrende Katze auf dem Schoß. Katzen? Was? Was? In der Auflistung? Ich, dass dieser Nachrichten-Blog geschmeckt hat und leicht bekömmlich war. Apropos schmecken. Wie lecker war eigentlich die Unterstützung seit letzter Woche? Finanzwoche. Börse. Ich weiß. Ich weiß, das ist aber krass, oder? Einfach Katzen essen. Aber warum auch nicht? Also ethisch macht es keinen Unterschied. Nur moralisch. Und Moral ist dumm. Und Finanzen. Finanzwoche. Sponsorenfrei seit 2021. Und damit das auch 2024 sich nicht... Sinan hat irgendwie einen schlechteren Ruf als... Wie auch immer man ihn ausspricht. Herr Woche hat auf jeden Fall einen schlechteren Ruf als ich das Gefühl habe. Also ich habe jetzt zwei Videos von ihm gesehen. Und im Podcast mit ihm und so. Er hat doch noch nie schlimme Sachen gesagt. Entschuldigung, er wirkt immer super angenehm. Er ist jetzt weder... Er hat doch keine rechtspopulistischen Punkte rausgehauen. Er ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt irgendwie hier... Linke Revolutionen sofort fordert oder sowas. Er ist doch politisch noch voll im angenehmen Bereich, oder? Ändern muss, setze ich natürlich wieder auf eine Kombination aus YouTube und... Euch, meinen lieben Zuschauern. Fangen wir mit den Werbeeinnahmen durch Google an. Dank gut laufender Videos gab es seit letzter Woche geschätzte Einnahmen von 172. Und... Zu Weihnachtszeit eine Katze... Das ist auch nicht überraschend. Was ist nicht überraschend? 50 Euro. Dass man Katzen ist? Ich glaube schon recht. Das ist wie immer ganz nett, aber natürlich nicht zu vergleichen mit den besten Zuschauern der Welt. Auch wenn manche von euch ein bisschen länger brauchen. Christian hat 20 Euro Support gedroppt und schrieb... Hey Sinan, ich gucke deine Videos so gerne und mittlerweile auch so lange. Wenn ich nicht langsam mal was rüberwachsen lasse, wäre es eigentlich Diebstahl. Alles Gute für 2024. Hau rein, Christian. Finde ich absolut klasse, dass du zu dieser Erkenntnis gekommen bist. Von Florian gab es 25 Euro und 62 Cent. Und... Er hat mal gesagt, ob man für AfD-Wähler denn schon eine Endlösung gefunden hat. Das war, glaube ich, eine Aussage, die ganz schlimm von ihm kritisiert wurde. Die aber an sich eigentlich schlimmer klingt, als sie ist, weil... Einige sagen ja, man darf mit denen nicht befreundet sein oder nichts zu tun haben. Und an sich, natürlich ist das jetzt populistisch ausgedrückt gewesen von ihm, aber... Natürlich solltet ihr mit AfD-Wählern auch befreundet bleiben. Ich meine, wie sehr wollt ihr denn dann noch abstoßen und noch mehr von der Gesellschaft verzweifeln lassen? Das ist doch genau das, wovon die AfD lebt. Interessanter Betrag. Ob das irgendeine Dog-Whistle ist? Weiß das jemand? Jedenfalls schreibt er... Jahresabschluss, Boni. Deine Sendung ist echt etwas vom Wertvollsten auf YouTube. Bleibt der olle Jedi, der du bist. Weiter so in 2024. Und ja, die Beschreibung Jedi finde ich eigentlich ganz treffend. Je mehr ich über den Stoizismus lese, desto mehr bin ich der Überzeugung, dass Jedis wahre Stoiker waren. Benjamin hat, wie es sich für einen guten Sinn ans Wort... Ich habe keine Ahnung, was Jedis sind. Ich bin so wenig da drin. Ich bin richtiger Kultur-Banause. Ich habe Zuschauer gehört, einen Euro dargelassen und teilte mir folgendes mit. Monetäre Kontaktschuld. Tja, jetzt hast du keine Ausrede mehr. Wenn irgendwann die Konten aller Menschen geprüft werden und sie feststellen, dass du einen oldschool linksliberalen Jedi unterstützt hast, ja dann war's das. Dann teilen wir uns eine Zelle. Aber hey, es gibt Schlimmeres. Ich bin mir ziemlich sicher, selbst dann hätten wir noch irgendwas zu lachen. Star Wars halt. Ich habe keine Ahnung von Star Wars. Ich glaube, ich bin in manchen Sachen einfach auch Harry Potter oder so einfach Kultur-Banause und stolz drauf. Von Falk gab es auch wieder den einen Euro und er schreibt, ganz kurz und knapp, ein Euro wie jede Woche, in der eine Sendung kam im vergangenen Jahr. Ich mache damit genauso weiter in 2024, solange du weitermachst. Also einen guten Rutsch und alles Gute für das kommende Jahr. Dankeschön und immer daran denken, ein Euro macht einen Unterschied. Wenn viele Zuschauer es so handhaben wie Falk, dann passieren dadurch zwei schöne Dinge. Erstens, ich bin motiviert weiterzumachen, denn mache ich eine Sendung, gibt der Falk mir einen Euro. Und zweitens, wenn viele das machen wie Falk, dann verteilt sich der Support auf ganz viele Schultern. Und was gibt es schöneres als ein Solidarprinzip freiwillig implementiert in einem ansonsten kapitalistischen System. Deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle für 729,77 Euro seit der letzten Woche. Ihr seht, der Counter für den Gesamtsupport wurde jetzt natürlich resettet und es gibt einen neuen Balken. Er zeigt an, wie viel Prozent des Vorjahres-Supports bereits erreicht wurden. Aktuell liegt dieser bei 2,18 Prozent. Mal sehen, ob man 2024 an die Leistungen des Vorjahres rankommt oder sogar noch übertrifft. Und keine Sorge, das ist natürlich... Wenn ich Kritik an Sinanswoche suche, bekomme ich immer nur Videos von ihm oder Kritik an Sinanschi. Google nervt. Ja, ich glaube, Sinanswoche kann sehr viel dafür, dass Sinanschi ein nicht so cooler Typ ist. Ihr dachtet jetzt, ich beleidige. Ich war auch kurz davor. Ich hoffe, die Sendung hat euch gut unterhalten. Ihr konntet ein bisschen positive Kraft schöpfen und jetzt produktiv ins Wochenende starten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Das war Sinanswoche. Total cool zusammengefasst in einem YouTube-Video. Jo, war doch ein nicees Video von Sinan. Ähm, Leute, schaut vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Und Link zu Twitch ist auch in der Videobeschreibung. Alles ist alles in der Videobeschreibung. Ich habe mir ja auch schon mal für diese Videos gemacht. Ich habe mir es nicht mehr so gut gemacht. Ich habe es nicht mehr so gut gemacht.